Die wohl mittlerweile bekannteste Übung, die wahrscheinlich wirklich jeder kennt, sind Burpees. Und das ist eine Kombinationsübung zwischen Strecksprüngen und so einem leichten Liegestütz, wobei der Liegestütz von den Händen her eher eng am Körper durchgeführt wird. Wichtig dabei ist, dass du zum einen deine Beinmuskulatur kräftigst und deinen gesamten Rumpf und auch so deinen Oberkörper, weil du dich natürlich aus der Brust und aus der Schulter und Armmuskulatur nach oben drücken wirst. Der Startpunkt ist unten auf dem Boden in Bauchlage. Dazu Hände eng neben den Körper, Füße sind hinten gestreckt, Beine sind durchgestreckt, Zehenspitzen auf dem Boden. Und aus der Position drücke ich mich hoch, springe nach vorne und in die Körperstrecke. Dann komme ich wieder runter, nach unten, drücke mich wieder hoch und nach vorne. Das kann ich jetzt vom Tempo her variieren. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich gelandet bin, sofort wieder nach unten kommen und nach oben springen. Ich kann auch das Ganze langsamer machen, indem ich mich einfach langsam ablege, hochdrücke, nach vorne springe und dann nach oben springe. Je nachdem, wie fit du bist, kannst du es langsam machen oder eben ganz schnell. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 4 Durchgänge. Auf geht's. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020